Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu Fit in den Tag. Heute mit Morgengymnastik. Wir starten jetzt, hoffe ich, die nächsten sieben Tage gemeinsam, jeden Tag circa 15 Minuten lang und wir werden unseren ganzen Körper durcharbeiten. Von kräftigen natürlich über unser Herz-Kreislauf-System stärken, über lockern, über stabilisieren, über entspannen. Also mach mit, fühl dich wohl und vielleicht teilst du ja diese Reihe auch mit jemand anderem. Umso besser, umso mehr Menschen sich bewegen natürlich. Und wir beginnen heute in einer aufrechten Haltung. Natürlich die Beine hüftbreit geöffnet, Knie sind etwas durchlässig, Brustbein ist gehoben. Ich bin nur seitlich zu dir, dass du dich ein bisschen besser siehst, was ich so mache. Schultern ganz locker nach hinten unten fallen lassen und dich einen Moment lang spüren und wahrnehmen. Bist du schon wach? Wie fühlst du dich? Fühlst du dich aufrecht, schon stabil? Und dann beginnen wir mit einer ganz kleinen Bewegung, indem wir die Schultern nach vorne und nach hinten ziehen. Das heißt, den Schultergürtel bewegen, die Schultergelenke bewegen und mach das wirklich ganz klein und sanft zu Beginn. Den Atem fließen lassen und du darfst natürlich auch etwas größer werden, indem du deine Brustwirbelsäule mit einlädst, sich zu bewegen. Rund und nach diagonal oben anheben, ganz locker lassen. Ruhig in deinem Tempo immer. Den Blick in Richtung Himmel, in Richtung Sonne richten. Werde größer, nimm deine Arme mehr zur Seite, Daumen zurück, Handrücken zum Boden, Handflächen zum Boden. Werde noch etwas größer, zieh deine Daumen zurück und öffne dein Brustbein, atme aus und jetzt machst du dich ganz rund und klein. Einatmen, öffnen, ausatmen, rund. Atem fließt. Noch einmal und jetzt bleibst du oben mit den Armen und räkelst und streckst dich und nimmst deine Beine auch mit in die Bewegung. Roll deine Füße ab, Handflächen, Handrücken nach oben, richtig schön räkeln. Komm in eine kleine Grätsche, lass die Arme dann locker, schüttel sie aus und roll immer noch deine Füße ab im Wechsel. Von der Fußspitze auf die Ferse gleich abrollen. Und dann bleibst du in der Gräte stehen, streckst deine Knie und kreist jetzt mit deinem Becken. Einmal rumkreisen, Knie strecken. Hüftgelenke mobilisieren und Richtungswechsel. Komm langsam zur Mitte zurück, beug deine Knie, Schultern zurücksetzen, jetzt komm tief. Bleib mal bitte so, ich komme so ein bisschen seitlich wieder. Wenn du jetzt tief gehst, lass deinen Oberkörper aufgerichtet und du fährst mit den Händen bis zu deinen Knien nach vorne. Schau, dass die Knie Richtung Fußspitzen zeigen. Du spürst die Kraft deiner Beine, oder? Gut. Und dann gehst du wieder hoch und jetzt nimmst du die Daumen nach hinten, Schultern tief. Komm nochmal tief, fahr entlang deiner Oberschenkel nach unten. Komm hoch und öffne. Ein riesiges X. Komm tief. Auf und öffnen. Wenn du jetzt hochkommst, dann ziehst du dich auf deine Fußspitzen nach oben. Kommst tief, spürst die Kraft deiner Beine. Komm hoch, auf die Fußspitzen. Komm tief. Tief, Kraft. Oben Gleichgewicht, Balance. Beinkraft, wichtig im Alltag, die brauchen wir für jede oder viele Bewegungen. Nochmal. Einen Moment lang unten halten. Bleibe hier unten. Atmen. Und wieder hochkommen und einen Moment hier oben halten. Versuch, deine Körperspannung aufzubauen. Halten, halten. Sehr gut. Gib dir Kraft und Energie für den Tag. Komm zurück. Löse auf. Locker die Beine aus. Schüttel aus. Und während du dich ausschüttelst und auslockerst, nimmst du die Füße enger zusammen. Und jetzt rollst du deine Füße ab. Von der Fußspitze auf die Ferse. So aktivieren wir unsere Venen. Pumpen die Waden. Arme nimmst du locker mit. Und ganz bewusst wegdrücken, abrollen. Und dann nimmst du die Arme mit, als würdest du walken gehen. Im rechten Winkel richtig zurückziehen. Die Ellbogen nach hinten. Wenn du die Waden spürst, das darf schon sein. Und jetzt wirst du größer und versuchst einfach mal zu gehen. Und dann drückst du die Füße richtig bewusst nach vorne weg. Nimmst du die Arme im rechten Winkel mit. Aufrichten. Und das Ganze etwas rhythmischer. Eins, zwei. Mach mal weiter und schau zu. Mach mit. Eins, zwei. Hoch. Eins, zwei. Hoch. Genau. Versuch, einen Rhythmus aufzugreifen. Kurzen Moment. Oben die Spannung halten. Klappt. Rück die Knie noch höher ziehen. Noch einmal jede Seite. Und dann hältst du oben. Stopp. Halte hier. Nimm das Knie. Wenn das nicht geht, setzt du den Fuß nach unten ab. Der Arm, der jetzt hier frei ist, der zieht zurück. Versuch, so weit wie es geht, nach hinten zu schauen. Und jetzt machst du einen großen Kreis. Nach vorne einatmen. Über oben. Aus. Nochmal ein. Und aus. Es darf wackeln. Und stopp. Wieder auflösen. Und kurz gehen. Drei. Eins, zwei, drei. Genau. Vielleicht hast du jetzt irgendwie ein anderes Gefühl. Jedes Bein fühlt sich jetzt etwas anders an. Und auch die Beweglichkeit oben in der Brustwirbelsäule ist jetzt so ein bisschen unterschiedlich, oder? Halte dann das andere Bein. Kannst unten bleiben und mit der Hand an den Oberschenkel gehen. Oder du fasst wirklich dein Knie, den anderen Arm zurück. Weit zurück. Einatmen vor. Und aus. Es darf wackeln. Und aus. Und dann kommst du wieder zurück. Sehr schön. Füße absetzen. Auslockern. Dein Brustbein führt jetzt nach vorne. Lass dich fallen und werde rund. Und roll dich nach oben wieder auf. Nochmal Brustbein führt. Und rund. Wieder aufrollen. Nochmal. Und dann bleibst du hier oben. Nimmst ein Bein. Einen Schritt zurück. Das andere Bein nach vorne. Stehe. Hüft schmal. Dann stehst du relativ stabil. Hände darfst du gern einstützen. Und jetzt streck dein Knie. Beide Fußspitzen in eine Richtung. Und schieb dein Becken hier nach vorne. Kannst auch ganz sanft nach vorne federn. Die Waden, oder? Halte noch mal. Dann beug dein hinteres Knie. Spann dein Gesäß an. Spür die Dehnung hier vorne. Und jetzt öffnest du deine Arme noch zur Seite. Brustbein aufmachen. Dann kommst du wieder zurück. Löst auf. Nebeneinander die Füße. Anderes Bein zurück. Fußspitze in eine Richtung. Vorne beugen. Hinten strecken. Und ganz sanft, wenn du möchtest, nach vorne federn. Halten. Halten. Perse anheben. Gesäß anspannen. Arme seit. Daumen zurück. Brustbein aufmachen. Atmen. Dann lässt du noch mal los. Und lässt ganz locker. Fein atmen aus. Ganz locker. Halte oben. Streck und räkel dich. Bist du fit für den Tag? Gut. So richtig lang ziehen. Morgen gibt es aktiv in den Tag. Also sei auf jeden Fall wieder dabei. Ich hoffe, es hat dir gut getan. Jetzt öffnest du deine Arme. Natürlich aufrecht in den Tag starten. Einatmen. Zurückziehen. Und ausatmen. Entspannen. Wie fühlst du dich? Du kannst noch mal wahrnehmen, wie du jetzt deinen Stand so spürst. Wie du deine Aufrichtung wahrnimmst. Deine Knie jetzt wirklich ganz leicht durchlässig sind. Deine Schultern. Automatisch nach hinten unten gezogen sind. Dein Blick im Horizont ist. Sehr gut. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich freue mich natürlich, wenn es dir gefallen hat. Gerne. Gefällt mir drücken. Gerne einen Kommentar hinterlassen. Freue ich mich auch. Falls du meine Arbeit wertschätzen möchtest. Vielen Dank. Natürlich. Der Link ist unter dem Video. Nennt sich Steady. Deine Unterstützung. Ich freue mich auch, wenn du ganz einfach so dabei bist. und vielleicht Freunde einletzt, Freundinnen einletzt, sich mitzubewegen. Wie schon gesagt, umso mehr Menschen sich bewegen, umso schöner für mich als Gymnastiklehrerin. Also, bis zum nächsten Workout oder vielleicht ja schon bis morgen. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.